Wer tagsüber zum Einkaufen fährt und sich nur fragt, wo Milch und Butter steht, der fragt sich leider nicht, woher das kommt. Wer danach noch zum Bäcker geht und nur sieht, was hinter der Theke liegt, der schätzt es leider nicht, wie ich es tu. Ich bin der, der die Kühe mögt, ich bin der, der das Getreide bringt, das alles mach ich nur, nur für dich, das mach ich nur für dich. Ich bin der, den man Bauer nennt, doch für mich ist das ein Kompliment, komm mach mit, ich lad dich dazu ein. Beim Metzger kaufst du Wurst und Fleisch, nur oft ist so, dass du nicht weißt, wie vieler Aufwand dahinter steckt, wie viel dahinter steckt. Das Einzige, was mich in dieser Geschichte so ein bisschen gewundert, das ist, warum hier nur... Hendrik. Was ist damit los? Das sieht gar nicht gut aus. Das sieht gar nicht aus. Vielen Dank.